Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit dem brandneuen Nexus 9 Tablet von HTC. Wir schalten es ein, wir richten es ein und wir gucken einmal rundherum. Als erstes versuchen wir den An- und Ausschalter zu ertasten. Der ist wirklich sehr ins Gehäuse eingelassen und wenn ich den drücken soll... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das gefällt mir jetzt nicht wirklich. Der ist, ja, nicht nett zu drücken, aber wir drücken ihn trotzdem. So, in der Anleitung steht drei Sekunden, das waren jetzt mindestens fünf. Das Gerät hat nicht vibriert. Ich weiß gar nicht, ich glaube da ist überhaupt gar kein Vibrationsmodell-Modul verbaut. Wohlgemerkt, ich habe nicht Vibrator gesagt. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ist ja auch egal. Also wir sehen das Google-Logo. Wir sehen unsere normale Nexus, ähm, sag ich jetzt schon Nexus, Android 4.0 Startsequenz von den Nexus-Geräten. Da hätte ich jetzt gedacht, für Lollipop lassen sie sich vielleicht was anderes ein. Oh, wobei das blaue Ding, hm, da müsste ich nochmal gucken. Ich glaube die Bootsequenz ist doch ein bisschen anders geworden. Ja doch, 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 da habe ich Google gerade Unrecht getan. Ähm, ansonsten haben ja eben beim Unboxing schon viele geschrieben, knarzt bei dir etwas? Kannst du hier was eindrücken? Ich muss sagen, nein. Ich habe hier bisher, bis auf die Tasten an der Seite, noch keinen, ich sag mal negativen Eindruck von der Verarbeitung von dem Gerät. Ja, natürlich werde ich da genau drauf achten. Ich habe von vielen gehört, dass die hier dieses Background-Bleeding-Problem haben. Ähm, das passiert, wenn die Hintergrundbeleuchtung da ist und dann die, die Dichtung oder die Dichtmasse, ähm, an der Seite rund ums Display nach vorne, ähm, nicht dicht ist. So, und dann scheint da das Licht durch, wenn das da nicht hundertprozentig aufeinandersitzt. Ähm, das wäre natürlich etwas, was schade ist. Uh, da sind wir doch. Android. Huhu. So, Android, willkommen. Jetzt können wir endlich loslegen und mit Lollipop rumspielen. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Hallo. Sehr schön. Wir sehen hier oben schon mal, ähm, wir haben, ja, ich würde sagen, gute 80 bis 90 Prozent Akkuladung. Das WLAN-Symbol ist auch schon da angezeigt. Und jetzt natürlich die große Frage, mit welchem WLAN möchte ich mich verbinden? Ähm, hier unten ist ganz schwach der Begriff ohne zu erkennen. Das kann ich aber nicht auswählen. Also ihr müsst euch anscheinend wirklich mit einem WLAN verbinden. Ich verbinde mich natürlich mit dem WLAN-Faultierland und gebe mal mein Passwort ein. Okay. Internetverbindung wird hergestellt, denn dies kann bis zu einer Minute dauern. Naja, das geht bestimmt schneller. Wir sehen es oben schon. Verbindung ist da. Ratter, ratter, ratter. Tablet aktualisieren. Das erste, was uns entgegenspringt, ein Update von bescheidenen 300 MB Größe. Das machen wir natürlich also weiter. Update wird heruntergeladen. Dieser Vorgang kann bis zu fünf Minuten dauern. Das Gerät wird anschließend automatisch neu gestartet. Na gut, dann lassen wir es einfach mal rödeln. So, und da sind wir wieder am Anfang. Sprachauswählen, Deutsch. Aber dieses Mal müssen wir uns über die WLAN-Einrichtung keine Gedanken machen. Die bleibt bestehen. Nochmal Updates suchen. Bitte nicht noch eins. Jetzt Konto hinzufügen. Melden Sie sich an, um Ihr Gerät optimal zu nutzen. E-Mail-Adresse eingeben oder ein neues Google-Konto anlegen. Was ich aber jetzt auch machen kann, ich könnte es überspringen, aber ich meine, ich habe natürlich ein Google-Konto und ich will das ganze Zeug natürlich auch nutzen. Also verbinde ich mich natürlich mit meinem Google-Account. Das ist jetzt aber neu. Kaum hat man sich mit seinem Konto verbunden, möchte Google Zahlungsinformationen haben. Kredit- oder Debitkarte hinzufügen, einlösen, falls ich wahrscheinlich hier schon so ein Gutschein-Ding habe. Oder einfach später erinnern, ich brauche da erstmal, glaube ich, keine hinterlegten Zahlungsmittel. Apps und Daten abrufen. Richten Sie Ihr neues Gerät ganz einfach mittels Wiederherstellung der Sicherung eines anderen Gerätes ein. Hier kann ich das Gerät auswählen. Nexus 5. In meinem Fall würden Sie wahrscheinlich noch einen HTC One, M8 und andere Geräte rumschwirren. Was ich aber interessant finde, auch durchführend für alle 33 Apps. Und da kann ich dann die ganzen Apps anwählen, die ich dann wiederhergestellt haben möchte oder nicht. Was mir hier gerade fehlt, ist der Punkt, wie ich das Ganze überspringe. Ah, ich kann dann auch einfach unter Geräte oben auswählen als neues Gerät einrichten. Das mache ich jetzt auch mal, denn ich habe die 16 GB Version und will natürlich einmal sehen, wie viel Gigabyte sind da frei, wenn ich das Gerät niedelnagelneu einrichten würde. Dann Google-Dienste. Huiuiui, das sieht hier wirklich alles anders aus. Also Lollipop-Lutscher bekommt hier mal wirklich mit einem neuen Einrichtungsverfahren daher. Ja, sichern Sie Ihre Apps und so weiter im Google-Konto. Aktivieren Sie den Google-Standortdienst. Ah, da sind die Standortdienste jetzt darunter versteckt. Unterstützen Sie uns bei der Verbesserung der Standortdienste, indem Sie zulassen, dass Apps und Dienste auch bei deaktiviertem WLAN nach Netzwerken suchen. Unterstützen Sie uns bei der Verbesserung der Android-Nutzungserfahrung. Also Daten an Googles schicken. Gut, lassen wir einfach mal aktiviert und gucken, was sonst noch so kommt. Google Now herunterladen. Ich dachte, das wäre schon installiert. Aber natürlich möchte ich Google Now nutzen. Eins der sehr coolen Features unter Android, die ja natürlich richtig schön integriert sind. Und da, endlich sind wir da. Hallo, Hintergründe, Widgets, Einstellungen berühren. Und das halten Sie den Hintergrund, um ihn anzufassen. Das finde ich natürlich jetzt sehr nett, dass da zumindest ein kurzer Schritt kommt. So, und dann hier Google Now läuft auch schon. Ah, Interstellar läuft schon mit Rotten Tomato Link. Hei, 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 das ist ja schön. Und das hier als neu eingerichtetes Gerät weiß er trotzdem über meine Google-Suche schon, dass mein Standardkino wahrscheinlich der Uferpalast in Düsseldorf ist. Die ersten E-Mails trudeln auch schon ein. So, jetzt wollen wir aber doch mal ganz schnell gucken. Runterwischen. Updates sind verfügbar, da das Kärtchen sogar schon für den Wetterbericht. Das ist jetzt hier auch für mich, dass mal die Premiere mit Android 5.0 Lollipop rumzuspielen. Und zwei Finger runter. Ah, ein Finger. Ah, da kommt so langsam was. Dann kann ich zweimal. Und wenn ich mit zwei Fingern, dann... Uh, gut. Helligkeit ist klar. WLAN, Bluetooth, Flugzeugmodus, automatisches Drehen. Und jetzt das erste Mal an einem Tablet. Bei mir zumindest. Taschenlampen-Funktion. Sehr schön. Standort Bildschirm übertragen. Hier direkt die Chromecast-Integration natürlich. Aber wir wollen doch einmal fix in die Einstellungen. Da oben sehen wir übrigens 76%. Und... Da muss man sich aber erst mal umgewöhnen. Das sieht ja doch sehr anders hier gerade aus. Und wir können ja mal ein bisschen die Helligkeit runterdrehen. Ich glaube, dann fängt die Kamera das Ganze ein bisschen besser ein. So, wir suchen aber Speicher auf dem Gerät. Und jetzt auf der 16-Gigabyte-Version, frisch out of the box, haben wir Gesamtspeicherplatz nur 11,5 Gigabyte frei. Ja, ich weiß. Die schreiben 16 Gigabyte drauf. Normalerweise sind dann ja dann umgerechnet 14,6. Und davon sind in der Regel eigentlich immer was so um die 12,8, 12,5. Jetzt 11,5 Gigabyte frei. Und aber frei verfügbar sind, es wird noch grausiger aber gar, nur 9,4 Gigabyte. Hei, hei, hei. Und das, obwohl hier nichts drauf ist. Klar, Apps, 820 Megabytes zusätzlich an Apps. Und da wollen wir doch gerade mal reingucken, was denn hier drauf vorinstalliert ist. Eben als das Gerät aktualisiert hat, hat es auch im letzten Schritt die Apps auf dem Gerät aktualisiert. Das waren 102 Apps, wurden da aufgezählt. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also Google Chrome Browser, Docs Download, E-Mail-Programm normal. Hier das neue Fit von Google, Notizen, Play Music. Also bisher sehe ich da alles nur Google-Dinger. Sehr erfreulich natürlich, dass da keine Werbe-Apps drauf sind. Also, dass ich hier nicht mit irgendwelchen Hotelsuchen abgenervt bin oder werde und solche Sachen. Nö, also von den vorinstallierten Apps, alles was das Google-Herz begehrt, Präsentation, also die Google-Docs-Apps mit drauf. Hoppeln wir aber mal zurück und jetzt gucken wir einmal noch in natürlich den Einstellungen. Und zwar System über das Tablet. Und da sehen wir es. Android-Version 5.0. Und jetzt, ich weiß nicht mehr, wo es war. Draufdrücken und der große Lutscher erscheint. Der kann dann auch die Farbe ändern. Und ich weiß, irgendwo, ah, wenn ich dann gedrückt halte, habe ich hier den Flappy Bird-Klon drauf. Und dann, uh, hüpf, 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 hüpf. Ja, es ist wirklich ein Flappy Bird-Klon. Okay, raus daraus. Das wissen wir jetzt schon. Gucken wir doch jetzt mal das, wo ich dann noch große Angst hatte. Das waren natürlich hier die bedienbaren Tasten. Und, ne? Boah, das ist jetzt aber mies. Also lauter, äh, leiser geht es problemlos. Boah, lauter. Boah, die Taste kann ich ja kaum. Also die, Entschuldigung, dass ich hier gerade rumwackele. Aber die Lautertaste, die ist so nah ins Gerät eingelassen. Da muss ich schon mit dem Nagel draufdrücken. Das ist nicht wirklich prickelnd. Und das gleiche Spielchen eigentlich bei der On-Off-Taste. Ja, die lassen sich hier noch bedienen. Oh, ne. Das ist gerade sehr großer Käse. Ähm, äh, ich hatte mich da schon mit Leuten drüber unterhalten, dass ich, wie gesagt, diese Tasten doof finde. Und da haben die gesagt, ja, aber die sind doch genauso blöd oder genauso klein und fisselig wie beim Nexus 5. Nein, im Vergleich hier beim Nexus 5 stehen diese Tasten richtig raus. Die sind auch nicht prickelnd, aber die kann ich wenigstens bedienen. Das, was hier im Gerät eigentlich verschwindet, zumindest bei meinem Modell, kommt schon sehr grausig daher. Oh, also ich glaube nicht, dass ich die lauter und leise Taste oft gebrauchen werde, sondern wahrscheinlich dann einfach die, die Lautstärke, ähm, mir da anscheinend nicht eine App, kann ich die Lautstärke da oben nicht, nur die Helligkeit, also mir da irgendein Widgets für die Lautstärke noch reinbasteln. Oh, apropos Widget, da war doch was. War hier nicht auch sowas mit Double Tap zu Wake On? Da stehe ich ja total drauf. Natürlich, Doppel Tap zum Einschlafen gibt es nicht, aber dafür gibt es ja auch schon genügend App-Widgets, die dann beim Drücken dann das Gerät ausmachen, ins Standby schicken. Das ist natürlich dann etwas, da kann ich dann sagen, klar, wenn ich sowas habe, dann brauche ich so einen Knopf nicht. Aber ganz ehrlich, wir haben es hier auch in der Einstiegsversion mit einem 400-Euro-Gerät zu tun, dass das da so herkommt, naja, ich weiß nicht. Dann drehen wir mal die Beleuchtung ganz rauf. Wir hatten ja noch den Punkt mit der Hintergrund, mit dem Background-Bleeding. Und da, klar, es ist hell hier, die Kamera dunkelt ab, aber oben der Rand, der sieht schon etwas grausam auf. Ich würde hier mir jetzt am liebsten eine Decke über den Kopf ziehen und das einmal testen. Und das mache ich auch. Kurzer Cut. So, und da bin ich jetzt wieder. Mehrere Dinge habe ich rausgefunden. Also Nummer eins, ich habe mir einfach ein schwarzes Bild heruntergeladen und geguckt unter der Decke und ich habe eigentlich keine Probleme mit diesem Background-Bleeding. Ich glaube, lasst mal gucken, hier unten mal so ein bisschen ganz leichte Helligkeit, aber etwas, was absolut da im Toleranzrahmen liegt, da habe ich kein Problem mit. Dann Nummer zwei habe ich rausgefunden. Das Ding hat wohl ein eingebautes Vibrationsmodul, denn eben beim Tappen tippen macht es grr, 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 grr. Und Nummer drei, ich habe auch kein Problem mit dem Lautsprecher hier unten oder oben, dass der bei Displaybenutzung klickt oder irgendetwas. Nein, da ist alles in Ordnung. Auch die Lautsprecher, ich habe eben mal kurz ein YouTube-Video laufen lassen, die klangen sehr nett. Also das hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es war mal schön. Man hat deutlich gemerkt, da kam Ton von links und rechts und es kam nach vorne raus. Das sind so kleine Sachen, die haben gerade sehr spielend Spaß gemacht und ich freue mich jetzt darauf, wirklich mit Android Lollipop 5.0 loszulegen und auch dem Nexus 9 gründlich auf den Zahn zu fühlen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!